Okay. Oh, und noch eine Mission. Na, diese scheiß Scherben liegen im Weg. Ey, verarschen, ich komm nicht an das Ding dran. Okay, jetzt vielleicht. Ja, da war's, da war's, okay. Okay, jetzt stürmen wir nach oben. Go for it! Kein Problem. Okay. Wer ist denn hier mit? Komm schon, boom, boom, boom! Das Ding will nicht schießen, ah! Jetzt gar nicht schießen. Schon die ganze Zeit. Turret-Action! Ich hätte gedacht, dass es sowas hier in dem Spiel gibt. Durchlöchert. Hier sind noch mehr. Die kommen, glaube ich, hier hoch. Wollen wir die mal zerstückeln. Okay. Der ist offen. Kein Knopf müssen wir drücken. Kein Knopf müssen wir drücken. Also, das ist wo die Brains in der Server Room will be. Up top. Indeed. Aber das Elevator kann nur die Lower Flühe. Du musst auf den 20er Flühe und pass den Security Garten da, um die Upper Area zu erreichen. Let me guess. Time zu finden, eine andere Left Hand? Well, das ist der Problem. Security Cyborgs would not have sufficient clearance. But managers and senior staff have already been evacuated, no doubt. So... The only option is to cut the power to the security gate, which will not be easy. It is powered by no less than three systems, including a backup power supply. You will need to destroy all of the electrical control panels to disable them. In any case, you should arrive at the 20th floor soon. Okay, got it. Also, insgesamt vier Dinger müssen wir hochschalten. Sehen wir. Alles klar. Kein Problem. Kann ich hier durch? Klasse. Was ist denn immer mit? Ja, der will dann nicht hoch. What the hell? Muss ich das Ding halt zerschneiden? Keinem fällt das auf, dass hier so ein verrückter Ninja alles kaputt schlägt. Noch eine Mission. Das sieht aber mal verfluchtverdächtig aus. Keep out. Wenn auch solche Poster gab, ist es immer schon in Metal Gear. Sexy, sexy. Ich will mich nicht erwischen lassen. Unusual resources. Oh, der dreht sich um. Ne, der da vorne hat mich gesehen. Keiner Pisser da drüben. Boah. Die schießen hier einfach. Die haben gar keine andere Wahl aber auch. Komm her. Und der nächste. Wahnsinn. Boah, das ist so ziemlich... Wie viel Schaden das gemacht hat. Komm schon. Boah, der vorträgt viel. Ey, das lasse ich nicht wirklich zu. Oh, der ist schon geil, das Ding. Und da, hä? Wo kommt der denn jetzt her? Oh, so ein riesiges Viech. Wow. Das fiegt meins Ernst. Wahnsinn. Okay, wir können schneiden. Weinten schneiden wir dem. Jawohl. Still gestanden. Ah, das war es aber noch nicht ganz. Erstmal muss ich mich um die Idioten kümmern. Oh, ich kriege noch neue Beine gekriegt. Dankeschön. Unusual heat sources. There should be an electrical panel nearby. Use your enhanced AR to locate it. Ich habe es schon gesehen. Hier irgendwo. Good. One down, two to go. Keep acid riding. Will do. Null Probleme. Suchen wir nach den anderen Tafeln. Da ist nur eine. Nicht? Das sah so aus. Verdächtig. Hm. Es sind so komische Leitungen. There should be an electrical panel nearby. Use your enhanced AR to... Excellent. Just one more. Just one more. Keep on coming. Also, nix der Problem. Wo sind die denn? Okay, Sonnenviech. Noch eins davon. Wow. Krieger sind ganz schön stark. Ausweichung ist ja nicht oft drin. Oh, ich war in der Luft. Irgendwie kann ich mich mit dem Dinger nur ranziehen. Müssen nur noch mehr Attacken möglich sein. Boah. Das ist Schaden. Okay. Weg, 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 weg. Die Viecher nerven. Ja doch. Selbst im Nahkampf fällt er sich nur dran fest. Nerfe ich diese Viecher. Okay, wollen wir das Ding zerschneiden. Boah, ich liebe das Ranzieher. Das ist super. Okay, nur noch zum Rest. Okay. Was kannst du treffen, wenn der dich nicht immer befegt? Das Viech lebt immer noch. Noch ein bisschen mehr. Treffst nicht. Wahnsinn. Oh, woher kommst du denn her? Putziges Viech. Okay. One more to go. Bauen wir das Ding. 3D-Bilderrahmen. Okay. Ah, the security gate. It is composed of steel alloy, bonded by a high frequency electrical current. It should unlock once the power has been cut. Ja, klar. Logo, logo, logo. Wir brauchen aber nur noch eine Schalltafel. Finden wir die. Das war schon ziemlich cool mit dem Ding. Ah, wenn man da nicht mehr kann als ranziehen? Hm. Ich weiß nicht. Müssen wir mal gucken, wie wir das nutzen. Hier ist schon mal nichts. Okay. Wir müssen am besten diesen Leitungen folgen. Moment. Ich glaube gar nicht, ob das Poster draufgehauen. Tja, das muss sein können, dass da was ist. Okay, ich sehe hier noch so einen Strahl. Der dürfte uns eigentlich da hinführen. Dann geht der hier rum. Und dann geht der wahrscheinlich da rein. Ist das vielleicht sogar das letzte Ding? Nee. So, schnitten. Ich schnitte es so schnell, dass sogar noch das Ding am Glühen ist. Hier vielleicht. Genau, erstmal davor rollen. Können wir davor rollen? Roll, roll, roll. Jawohl. So, aber noch eine Mission. Was ist mit den Schränken? Oh, können die gar nichts zerteilen. Geht doch. Ähm. Da. Nicht. Fuck. Sah komplett so aus. Was ist mit dem Ding? Kiste mit Gegenstand. Mach es doch auf. Da braucht man dafür eine bestimmte Waffe. Oder warte mal. Ah. Sag ich doch, so öffnet sich das Ding. Großer Holochip. Okay, ich denke, wir haben hier nichts mehr verloren. Folgen wir dem... Folgen wir der Hitze. Hitze, Hitze, Hitze. Waren wir schon in der Ecke? Die Dinger sehen so verdächtig aus. Es muss aber... heiß sein. Da haben wir es gerade zerstört. Ich würde jetzt sagen, wir folgen den Leitungen, aber... Das sind gar keine. Hier war ich gerade. Ah, da. Steckt. Was war jetzt so schwer daran? Der Typ, der jetzt wahrscheinlich kommt. Cool, so können wir den stören mit den Dingern. Keine Chance. Wir kicken den immer nieder. Wow. Komm schon da oben, der Arm. Komm nicht dran. Okay. Gar keine Chance. Nice. Die Dinger sind cool. Um uns erst mal was zu trinken. Klingt ja umsonst. Sind ja Riden. Okay, Achtung. Drücken auf den gefährlichen Knopf. In we go. Raiden. Shall I activate your pain inhibitors now? No. Keep them off. I need it this way. Uh, well, as you wish. I must say, I have turned more than a few men into cyborgs. But you? Well, your past is most... Uh... What you getting at, Doc? Most of the time, you're working with First World Ex-Military. Grown men. Compared to the average Third World Child Soldier, I can't really complain. Most of them. They're the sort of gorillas your typical patient gets paid to slaughter. Perhaps, but... This shouldn't be news to you, Doc. Uh, yes, yes, but... Look. Just help me take care of those brains after I bring them back. I do my business. You do yours. You do not have to fight every enemy you encounter, right? Try and keep moving. Besser is that. War auch mal einfach mit meinem Plan. Oh, bloß weg hier von den Fiechern. Ninja, run for the win. So epic. Nice of them to go over the door for me, ja? Ha 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 ha. Idiots. And I'm in. Die müssen hier weg, müssen hier weg. Die halten uns nicht auf mit ihren Roboter-Zeugs. Boah. Hey, hoch, 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 hoch. Wir müssen ihn zerstören. God damn it. Kein Durchkommen. Schaffen wir uns ein bisschen Hilfe. Hi, near. Stealth-Tarn-Technologie. Wow. So einen geeigneten Moment finden. Nein, jedenfalls das da. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Das bringt, glaube ich, gar nicht viel. Okay, wow. 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 Ich hab nämlich was erwischt. Oh, die Side-Teile gehen so ab. Ja, leer. Auf, drauf, drauf. Kommt schon. Wiedergestunt. Ob ich das dann bearbeiten bin? Geht doch. Das ist schwer zu treffen, wenn sich das bewegt. Ja, vielleicht kann jemand auf den landen. Ein nach Wanderern, Sliderjäger. So, epic. Okay, nur den Fallen ausweichen. So, epic. Wow. 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 Fonsen. Fonsen. Letzter pipelines up now, ja? Almost there. I have just finished analyzing the latest security data. You should find an indoor garden up ahead. A garden? Sounds fancy. A Japanese garden to be precise. It is an area set aside for VIPs. Apparently one of World Marshals directors is a rather serious Japanese culture enthusiast. Oh ja, dann wollen wir mal durch den japanischen Garten. Wir schnacken uns ein paar leckere Kräuter und kochen uns was zusammen. Los geht's.